Fiona hat 4.522,08 Euro auf ihrem Sparkonto. Letzte Woche hat sie noch einmal 875,50 Euro auf ihr Konto eingezahlt. Also es wurde dann mehr auf dem Konto. Heute hebt sie 300 Euro ab, das heißt es wird wieder weniger auf dem Konto. Die Frage lautet, wie viel Geld hat sie noch auf ihrem Konto? Also, wenn sie eingezahlt hat, diese 875,5 Euro, dann wurde erst mal dieser erste Betrag größer und zwar um 875,5. Der erste Schritt also ist, dass wir das addieren. Also dieser erste Betrag 4.522,08. Das müssen wir zuerst addieren und zwar mit dieser Zahl hier. Immer schön aufpassen, Komma untereinander. Also 50 Cent haben wir hier hinten und dann 875. Also die 5 sind die 1er, die 7 die 10er und die 8 die 100er. Jetzt addieren wir das Ganze. Das ist ja hier die 100estelstelle, also 8 100estel plus 0 100estel, das bleiben 8 100estel. 0 Zehntel plus 5 Zehntel, das bleiben 5 Zehntel. Dann haben wir 2 1er plus 5 1er ergibt 7 1er. 2 Zehntel plus 7 Zehntel ergibt 8 9 Zehntel und dann haben wir 5 Hunderter plus 8 Hunderter ergibt 3 Zehnhntel. 3 Zehnhntel ist das gleiche wie 3 Hunderter und 1 Tausender. Und dann haben wir hier 1 Tausender plus 4 Tausender ergibt 5 Tausender. Das ist eine ganz schöne Menge Geld hier, Halleluja. Also, ihr könnt hier die Punkte noch machen, dann können wir uns vielleicht besser orientieren. Also wir sind jetzt bei 5 397 Euro auf ihrem Konto und 58 Cent. Das war nachdem sie das Geld eingezahlt hat. Jetzt allerdings hat sie sich überlegt, sie möchte Geld abheben. Und zwar wie viel? 300 Euro. Abheben vom Konto bedeutet Geld vom Konto herausholen, wegnehmen. Also müssen wir das Minus rechnen. Also 300 müssten wir uns überlegen. 300 Euro ist das gleiche wie 300,00. Also würden wir das so aufschreiben. 0 1er, 0 10er, 300er. Und da haben wir gesagt, wir müssen das wegnehmen. Also wir subtrahieren. Und dann haben wir 8 Hundertstel minus 0 Hundertstel. Das bleibt 8 Hundertstel. 5 Zehntel minus 0 Zehntel. Das bleibt 5 Zehntel. Dann dürfen wir das Komma wieder nicht vergessen. 7 1er minus 0 1er. Das bleibt 7 1er. 9 Zehner minus 0 Zehner. Das bleibt 9 Zehner. 3 Hunderter minus 3 Hunderter ist dann 0 Hunderter. Und dann haben wir noch die 5 minus, hier steht nichts. Nichts bedeutet 0, besteht nichts. Also 5, nichts wegnehmen, bleibt 5. Also, du müsstest in deinem Antwortsatz jetzt aufschreiben. Fiona hat noch 5.097,58 Euro auf ihrem Konto. Sox. Hur? Und dann lassen wir das Buch.